Jau, hallo Leute, hier ist wieder euer Gravelpid LP, jetzt willkommen beim geilsten LP auf YouTube mit der geilsten Aufnehmtechnik, die ihr jemals in eurem Leben wahrscheinlich gesehen habt. So, geh mal da hin, wir müssen das nächste Level machen, müssen das starten, okay. Was, betritt zu, oh mein Gott, wirklich. Wir sollen zuerst das Tothaus betreten. Ich krieg zu viel, wenn ich das seh, ne. Ja, geh doch da rein, erst da unten, ja. Oh, warum muss ich denn jetzt ins Tothaus? Dö, dö, ist das eigentlich in Ordnung hier? Ja, ne, ich glaub schon. So, was, Team ändern. Wir kommen im Tothaus, eine Funktion sind noch nicht bereit, aber keine Sorge, werde ich dein Abenteuer... Ja, 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 ja. Ja, hier kannst du die Teams ändern, die du in Kämpfen einsetzt. Du kannst bis zu sechs Team... Ja, das interessiert mich aber nicht. Nein. Will nicht. Team ändern, Stärke erhöhen. Ja, das ist wichtig, was brauche ich, um Stärke zu erholen? Hier kannst du Kraft eines Mitstreiters erhöhen. Ja, was braucht man dafür? In dem anderen braucht man dafür diese Volt-Dinger, ne? Werde kannst du... Hier brauchen wir bestimmt Münzen oder so. Diesen Vorgang werden deine... Ja, ich weiß das doch. Ach so. Eh? Man kann Kraft spenden? Was ist das denn? Was ist denn, wenn er... Das kann ich noch nicht. Jetzt kommen die in die Genie-Box, oder was? Ey, Genie, komm raus, Aladin. Ja, Stärke erhöhen um ein Level. Ach so. Ja, das ist natürlich geil. Ja, dann verbraten wir jetzt mal die ganzen... Na, ne, 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 ne. Mario soll stärker werden. Hier, hau den rein. Nein. Mario. Ja. Der. Ja. Ja. Komm schon. Ey, Genie, erhöhe mal die Stärke. Ja, geil. Ja, das ist natürlich... Okay. Ich verstehe das System. Müssen wir jetzt aber nicht alles machen. Das können wir in separaten Videos mal machen. Da muss ja nicht jeder dann gucken. Fertigkeiten verbessern. Ja, das kann man alles mit Streiter erwecken. Tombola. Ja, das ist alles schön und gut und ist auch interessant. Aber das brauchen wir jetzt noch nicht. So. Boah, das ist ja mal ein Krampf hier. Weil ich will ja jetzt nichts verschieben, weißt du? Wenn ich hier lang gehe. Okay. Ähm, weil... Ich mach nochmal kurz mein Team. Möchte ihn... Ja, wir haben nämlich nur einen roten. Ähm. Hä? Mitstreiter. Kann ich eigentlich nicht. Das ist doch voll dumm. Dieser Mitstreiter kannst du nicht... Boah. Ihr seid so scheiße, ne. So, dann machen wir nochmal einen Vierer-Cooper raus. Und machen wir einen roten noch mit rein. Ja, obwohl du Demoide ist. Sonannes, ne. Ja, das ist scheißegal, wie eigentlich. Denn wir brauchen von anderen Farben. Die sind viel wichtiger hinterher. So, jetzt haben wir schon wieder voll lange verplempert hier. Ja, mach doch jetzt... Ach so, jetzt muss ich wieder einen auswählen. Ja, komm, Luigi. Der ist Level 3. Der kann wenigstens ein bisschen was dazu tun. Let's go. Ja, komm, jetzt hör mal auf. Okay. Wasserlevel. Oh, geile Musik. Schöne Musik. So. Äh. Ja. Irgend ungefähr so. Da hat ein paar Kombos gegeben. Ach, gelbe Kuh passt, ne. Freut ihr euch schon. Gelb. Da muss man natürlich eigentlich mit Schatten reinhauen. Das ist ganz gut. Es gibt hier wie bei Pokémon natürlich auch diese Dreiecke, ne. Wasser ist gut gegen Feuer. Pflanze macht Wasser weg. Feuer macht Pflanze weg. Das gibt's natürlich auch. Überall immer diese Bauern-Dreiecke. So, ähm. Ach, Quatsch. Jetzt hätte ich den da unten noch hinmachen können. Ja, egal. Oh. Oh. Todes Kombo. Und Fisch. Das kannst du schön vergessen. So einen Fisch hatte ich ja mal an der Wand hängen, ne. Aber, ey, komm. Kannst du ja nicht lange an der Wand hängen. Was macht er denn? Was ist das denn? Dö, dö, dö. Der hat den Cheap-Cheap-Münze. Ja, ja. Cheap-Cheap-Münze. Kenn ich sowas. So, was gibt's da unten? Ah, ja. Ihr seid so Lustbolde, ne. Haben wir doch noch gar nicht die Röhre da. Können wir noch gar nicht reinmachen, weil wir gar kein Gold-Sternchen... Wir haben kein Licht. Wir haben keine Licht-Attacken. Keine Stern-Attacken. Geht gar nicht. So. Ähm. Gucken wir doch mal, was die... Ja, das war gerade voll dumm, was ich hier alles gemacht habe. Aber egal. Das ist auch voll schwierig hier in dieser komischen Kamerasitzhaltung. Ähm, Montur. Aber ey, guckt euch das an. Die sind halt billige Luschen. Die kannst du so wegfarben. Da gehst du hin und grasst die einfach ab. Da kenn ich auch nix. Da gras ich die einfach weg. Ja, Boss, Boss, Boss. Was steht mit dir, Boss? Yeah. Fuh, 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 fuh. Ah, da hätte ich noch einen holen können. Egal. Egal. Gib ihn, gib ihn. Yeah. Und alle tot. Das war's. Das war ja easy. Und so hat dann die Boss... Ich lach mich weg. Ich kann gar nicht richtig lachen, weil ich erkältet bin. Aber, ey, die Minecraft-Videos, die ich momentan zusammenschneide, das ist so lustig. Einfach, wenn ich mir die angucke, denke ich mir, boah, was hab ich für ne Scheiße gelabert. Wenn ich mir das hier in 10 Jahren angucke, denke ich, das ist auch wieder ein gelber Cooper. Der ist gut, oder? Der hat auch gelbe Power, oder nicht? Das ist wie so ein Chinese dann. Und warum kann ich nicht nach oben gehen? Ah, da hätte ich die Röhre finden müssen, ne? Ja, als Helfer oder so. Ja, ja, was denn? Ja, mach den Speicher jetzt. Ja, nein. Ich hab das doch schon mal gestartet. Zurück. So, damit war's das dann auch in diesem Part wieder. Wie gesagt, wir schaffen in einem Part nicht viel. Die Videos dürfen nicht zu lange werden, aber mir ist das egal. Wenn man YouTube-Analytics traut, dann guckt eh keiner zu Ende. So, okay. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Ich bleibe mit. Tschüss.